also dann geht's mal los hier mal rein beim Kalle was macht das jetzt? wo ist ein Messer? was macht denn meiner? meiner hat die Hand von der Waffe genommen wo war... wo ist ein Messer? was für Tasche steht? hab ich ein Messer gekriegt? hab ich äh F ach F ist es ich hab die ganze Zeit V und C und X drückt oh man ah das sind 1000 1000 äh äh ja 1000 Tickets das wird heftig ey zieht sich ganz schön renn mal rechts rum ach du bist mittendurch ne? ja ich geh mit ich komm oh fuck ja ich bin mittendurch ja bleib mit hallo hallo warum haben die das Schilder? ich renn über die linke Seite probier es zumindest ach fuck off nein na weiss ich war schon um die Ecke rum man meint das ist einfach nur kacke ja und da waren es gleich zwei dreht mir um 100 jawoll wenn er dann richtig und bolzte hin dann mit seinem Schrot naja einmal drüber geht's über die linke Seite da ist ordentlich was los die sterben alle vor mir schießt dann mit der RPG rum trotz wie was schmeißen wir mal ein Medi-Pack na komm her wie sind die Leute vom Boden aufkratzen hier ach karl ist auch was Triple Order ach karl ist auch ah nein nicht ganz ah scheiße scheiße ich kann hier nicht da liegt eine Nate ich kann ihn nicht hochholen hast du schon ach da liegt einer am Boden was ist denn das warum schießt den keiner ab ja das ist schon wieder tot ach genau und dann mit einer scheiß Pumpe kommt der was soll denn durch was ist doch ja zum Beispiel sind Medic und spielt mit Schroflindeln ja lass mal aber was die können kann ich auch ich bin Medic und spiel ohne Skill guck mal weiter hier ich röse einfach mal mittig drauf zu und kurzfristig wird entschieden rechts- ah links sterben mir zu viele ich geh mal rechts rum wenn ich noch keinen Kill gelandet habe das gibt es gar nicht das war ja unglaublich wie ich die Granate geschlossen habe ist da viel los im Gang bei uns? ja auch alle Fälle ist da viel los boah ha 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 ein Leben ein Leben ha 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 oh man ey ach ich hab die ach verdammt johi auf V kannst du die die Schussrade einstellen ne ja ja und ich hab nur einen Schuss grad drin gehabt und hab's nicht geschnallt schießt die ganze Zeit hier mit einem Schuss rum und denk mal was ist mit meiner Waffe los alter blend mich doch nicht ich versuch's mal hier irgendwie so Schleich-Tarn-Modus nein 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 so ich dachte ich kann mir hier schön außenrum vorbeischleichen aber jetzt hockt da einer in der Ecke und campt na super bei mir läuft die ganze Zeit so Heilungsding durch ne ha 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 äh müssen wir gucken ähm Squat mäßig ah ist beschissen es gibt aber okay halb Squat dass wir hier vielleicht bei mir die ganze Zeit verrecken ja vielleicht zwei Stück hätten wir um einsteigen können aber das gibt kein halbes Squat das sind eben weder 3 von 4 oder eben ganz voll ja ach du kommst nicht mal in der Mitte irgendwo hin das ist schlimm Hilfe weißt die liegen da mit den MGs drin und bam 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 du hast halt keine Chance du hast keine Chance du hast keine Chance ja ich hab nen Eckencamper ha schade tot aber ich hab wenigstens nen Eckencamper umkaut hey cool einer ist noch bei uns im Squad drin was ist los hier ach man wo bin ich denn das gespawnt oh fuck ja das ist scheiße ich lade gerade nach nur kommt der um die Ecke und schießt mir zweimal ins Gesicht und dann war's das ja ich bin gerade bei dir gespawnt und dann war's das für mich einfach mal MediCat hin und jetzt geh einmal weg jetzt oh kacke Granata oh man oh man oh man 160 180 190 210 220 230 250 260 270 290 300 320 350 350 irgendwie geht ja gar nichts bei uns 360 370 juhu ich hab nen Kill 370 Nachschub Points echt? ja mal schauen was ich mit Heilung drauf bringen 190 stehts grad ah tot naja das ist bescheuert wenn du du kommst einfach nicht vorbei an denen ne ja in der ganzen Wand gell das ist so schlimm ja überall das ist einfach alles schlimm weil die auch von unten vom Ding hochkommen ähm scheiße von der Metro ja genau 140 390 390 390 390 390 scheiße tot 490 ach man das kann nicht sein das ist immer blöd wenn du an den Leuten feststehengst und Granate fliege oder so und du bist hinten dran da kannst du nicht raus und wenn sie die nicht checken oder so dann bist du verloren ich will raus ich will raus ich will raus also weiß die liegen da die liegen da wirklich und die müssen einfach nur einen Finger an Abzug haben ja das ist bescheuert ja das ist bescheuert boah 420 die schießen auch von drüben mit schon rein die sind auf der anderen Seite genau parallel zu dem Eingang das ist doch bescheuert ich gehe mal auf die andere Seite vielleicht kann ich ja irgendwie irgendeinen umhauen das ist doch die 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 Aber da geht auch nicht auf der Seite, da ist übel viel los aber da kann ich einfach die stehen so bescheuert um die Ecke rum du kannst nichts machen das ist unmöglich du kommst da nicht raus da liegen drei mg schützen drei stück drinnen von der ecke läuft ja das ist blöd einfach da kommst du gerade im gang ich habe glaube ich ein paar hundert punkte gemacht er kann da kannst du auch echt nichts machen die stehen da rechts total bescheuert um die ecke du musst einfach rumrennen ja der eine ist jetzt gut gemacht aber ist leider gestorben einfach rumrennen und dumm in die gegend schießen alles zu krass einfach ach man gibt es nicht gelingen alle am boden sie sind perfekt drüben in die andere eröffnung rein was sowas überhaupt steht das ist doch asozial er ist halt blöd das ist einfach das hier bloß die drei spawnpunkte gibt es ist richtig verloren eigentlich kannst nichts machen scheiße granate verdammt das ist immer das coolste eine granate dran liegt und dann weißt ganz genau jetzt geht sie gleich hoch und du wartest eigentlich nur drauf bewegt sich aber keinen meter der weg schießen sie dich ok man hat gerade in ok hatte gerade den pack wo so kribblich nachgeladen hat das ist echt nicht mehr feilig na egal spaß ist da ob ich weiß gar nicht wo ich bin hallo stirbt also das ist so erbärmlich alter das ist so erbärmlich wie sie mit der schrotflinten reinlaufen einfach nur abdrücken ich kann ich kann da gar nichts machen aber du weißt ganz genau ein fairen eins gegen eins ich hab da in der ecke und krieg die ganze zeit granaten ab ne ich muss schweiß die ganze zeit medie packs hin dass ich irgendwie noch leben hab und da kommt schon wieder die nächste granate erinnert vielleicht 30 leben noch muss die ganze zeit wann das ist so scheiße und dann kommt halt um die ecke rumgrinnt hau dich um fertig juhu du wurdest befördert ja level ab und gleich noch mal ein kill jawohl jetzt hat er war jetzt bin ich 34 jetzt kannst du aufwärts gehen also einfach mal rumrushen um die ecke erstmal nachladen ja das sind alle weg jetzt geht's los scheiße 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 drei leben nein tot ach man jetzt war ich so in euphorie von meinem level aufstieg warte bleibt noch schnell hocken ich komme ich komme alter wo ist tot auch tot ach bitte da als der hockte in der ecke alle mit seinem scheiß mg und medic daneben der die ganze zeit redzt das ist doch unglaublich machen warum treff ich kinder ja ich habe einen am kopf ach man von links von links naja wer steht in der metro unten auf der rolltreppe mann alter und dann auch noch sniper alter ja wenn dann richtig also dann gibt es da richtig auf der metro mit dem sniper da umgekauft worden ja er hat ein camper mann das kann doch nicht sein ja vier prozent leben hat er noch die kämpfen da alle um die ecke das ist unglaublich jetzt hat raus und dann links gleich rum ja wegen wenigstens einer wie umkaut und den anderen habe ich 91 abgezogen der kämpft einer rum und das ganze squad läuft bei dem rein oder kommt scheint bei dem hallo jungs was los gruppen kuscheln hier ich will hier weg mami du wurdest befördert 수가 35 NICE NICE ah triple kill triple kill ja ich kann die granate da hinschmeißen dass er da abprallt ne Das ist unglaublich, mei Was willst du da machen, die sind da um die Ecke, ich will die eigentlich umhauen, die scheiß Eckencamper da Ja, eine umkauert, Kopftreffer, jawoll Wow, 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 weg hier Das eine war meine Ich bin doch gar nicht da, wo du bist, oder? Doch Ah, ich check das immer noch Ne, du bist nicht da, wo ich bin, sondern ich bin da, wo du bist Also bitte, komm, ich hock hinter der Maul, ich war schon lange hinter der Maul Ja, kenn ich Gerade dreimal deswegen starben Das kann doch eigentlich nicht sein Wo, wo? Das, da schießt einfach bloß random rein, wenn du in den Gang willst, da schießt einfach mal, einfach mal hinter Ach komm, das ist doch Granatische Witter Das ist wirklich ne unglaubliche Runde Das merkt man irgendwie schon, dass wir ein halbes Jahr nicht gezackt haben, ne? Ich hab um die Ecke geschaut, der Arsch Juhu, Granatenkill Habt doch einen Scheiß Na komm Boah, c4 Das ist ge- ne, jetzt ohne Wir schießen die ganze Zeit mit dem Small rein, alter Das ist so erbärmlich Nein, der ist grad mit dem C4 reingrennt und da hat das hingelegt und zündet Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich am Eingang Das ist so erbärmlich, alter, mit dem Small Sowas gehört eigentlich auf Operation Metro verboten Genauso eigentlich wie Granaten Und ich bin bei dir gespawnt Ja, das ist super, ich bin beim Einsatz gespawnt, keine Ahnung warum Ich wollte eigentlich bei dir spawnen und hat's wahrscheinlich Weil du verreckt bist oder so, hat's mich wahrscheinlich runterzogen dann Weil ich hier mal random einfach auf Beitreten klick Weiß ich mir nicht woher einsteig Ja, mach ich auch Ja, mach ich auch Alter, ich bin unten Steffen Ich bin unten in der Metro Sauber Jetzt bloß nicht sterben Einfacher gesagt als getan Ja, Mann, 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 Mann Spawn mal bei mir Jo, warte Ich versuche natürlich mein Bestes Hä, wie bist du da runterkommen, alter? Ja, runtergelaufen Einfach so Ach, das sind mehrere Runden, guck mal, wir nehmen grad C ein Ja, von hinten anschleichen Ja, von hinten anschleichen Weißt du was du da Kills kriegst? Ja, das Problem ist, dass Ah, fuck der hat mich gekriegt Alter, wenn wir die von zwei Seiten einsteigen Beispiel die im Arsch sind Nein, nein Jetzt wollte ich den Messer und dann kam er von hinten Ach, Mann Arsch sind Steffen, wir haben sie von zwei Seiten Komm, wir steigen bei C ein, auf jeden Fall Ich bin bei C Mal Hilfe Aber C verlieren wir grad ein wenig Ja, ist ja klar, das ist genau vor dem hier im Spawn Waaah Spawn alle bei mir, hey Tot Nein, jetzt liegt das ja am Boden hin Auf der anderen Seite, wenn du durchs Haus durchläufst, ist so einer Ja, der ist tot Na, ich komm zu dir rein Jetzt ist da noch mal einer, und noch mal einer, ach Mann Und noch mal einer, und noch mal einer Ja, aber komm, wir hatten wenigstens mal C Das, das kann man jetzt schon mal hier, ne Ich wollte schon mal rot anmarkern Der Mini ist immer noch vorne Schnell beim Mini rein Ah, nee Das war Fehlinformation Der ist hinten Der ist am alten Punkt Aber hey, wir haben die runter gedrängt Ja, aber das hilft uns ja trotzdem nix Weil wir einfach behindert sind Sind die nämlich am verlieren Was die Tickets betrifft Ja, gut, komm mal her Und noch doppelt so viele wie wir Ja, gut, komm mal her Ja, gut, komm mal her Ja, gut, komm mal her 200, also 260, 290, 300 380 393 393 Nachschaupunkt 1 Katsching 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 Wir sind jetzt alle unten, alter Nein, das wollte ich gerade ratzen Wir knallen die Wichser an die Wand Jawoll, schönes Ding, schönes Ding Ah, der ist gar nicht tot Ich versuchte den ganze Zeit mit dem Defi aufzuheben, aber der ist gar nicht tot Das war wahrscheinlich der Gegner, hä? Ja Das war einer von mir da runtergeschossen Die sind hinter uns Da ist einer Hinter uns, ja Ach nee, die sind unten hinter uns Okay, alles klar, alles klar Aber das sind schon einige da Wir müssen da links aufpassen Da kannst du normalerweise runter Ja, da stehen nämlich unsere Ey, wir gewinnen das Ding noch Okay Weil jetzt ein paar Leute C kriegt haben, alter Hat sich das ganze Spiel geändert, man Geil Ja, so schnell kann es gehen Ja gut, aber guck mal her, wir haben immer noch Sind immer noch Tickets im Minus Aber schau mal nen Gegner an, alter Der, 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 der geht jetzt runter wie wir vorhin Ja, klar Auf jeden Fall sind die Sunnies richtig gut unterwegs Gibt's alles? Neh, mit Steffen Wo schlitz Pendien? Ich geh Ich geh Sexy Wer ist denn da? Die Meret Hi Hi Und alles klar? Ja Ich bin grad oben gestanden, ey Ich hab die Typen wegholt Ah, Maria Und alles klar hat er gefragt, der Steffen Ja, bei ihm? Ja, und bei dir? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Okay, ich probier's mal oben Na? Ey, wir nehmen grad C ein Da noch Da noch Boah, da ist einer von uns, ey Springen die da rein, wie so ein Gestörter Ich denk noch das sind Gegner oder so Ey, wir haben C, wir haben C ha 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 hammer ach verdammt wir haben alle drei das ist ja krank ganz kurz mal warten hier ja das war jetzt leicht camp mäßig aber ich musste einfach mal warten bis mein gesundheit wieder voll ist oh nate jetzt geht es gleich hier geht es ordentlich zu sein hammer hey die hast du eigentlich drei viertel vom match hast du hast nur ding den punkt ist eigentlich nur aufgenommen eben mittendrin mittendrin statt nur dabei bin ich verstehe ich gerade nicht die ballern überall ja klar kann man umquart aber wie dieses spiel sich jetzt gewendet hat man da haben wir 24 sind viele wow grenade ja 18 zu 20 ist eigentlich in ordnung das wird besser wir haben die gegner jetzt immer war schon mal besser ne aber hätte ja auch schlechter kommen können da fach von rechts seiner ich hab dich jetzt ist er weg hab ich geholt ich probiere gerade einfach nur zu viele aufzuheben wie es geht alle umfallen da vorne einfach so viele punkte machen oder nicht ist ja egal aber solange die vorne stehen kann keine können die nicht durchrushen ja kriegst auch 100 punkte pro sparen boah jetzt bin ich verstorrt ich bin mal auf die andere seite nochmal das ist ja brutal wie geht wie auf einmal das ist ja echt übel down jawoll um nade jungs nade naa na komm jawoll das ist echt cool wenn er wenn er so ein Sniperock oder so einfach immer auf das Licht zielen mit MP7 weg holt worden scheiße und direkt neben mir ist eigentlich ein Medikid Heini aber oh ja der hat mich cool ich war auch bei dir in der Nähe aber ich konnte es einfach nicht konnte nicht rum ums Eck boah wie krass wie krass guck mal sind noch zehn Punkte haben die noch mehr wie wir wie viel Punkt ist denn jetzt minus 8 von 300 auf 8 in weniger als 10 Minuten aber alles cool davon sterben viele ja wo ich bin ich bin direkt an der Front ja ich weiß schon ich komme nicht vor ja ich bin jetzt tot ich bin jetzt hier bei dir ok alles klar einfach mal random einfach durchballern da oben liegt ein Sniper mit drin ich hab das Licht nicht sehen irgendwo oben drauf und auszusehen auch das war jetzt dämlich ich bin jetzt ein gegnerisches Gebiet gelaufen da drin sterben einige mal gucken ob ich irgendwie reinkommen das geht normalerweise schnell mal orientieren auf das war es dumm die ums Eck ok die gehen noch einige schluss wird auch mal da ist scheiße finde ich aber wir hocken ja direkt vor dir in ihrem Loch sozusagen ja da musst du auf die Sniper aufpassen oben wir legen mich hier total bescheuert wow renne ich hin hallo Hilfe guck mal andere Seite nochmal geht einer hebt mal auf ach nein da kommt er mit dem Rocket Launcher ich retz den gerade und dann kommt er mit dem Rocket Launcher ich pack's nicht ach komm ich spawn bei dir oh hinten bei C ist einer draufgegangen ich glaub das war ein Sniper ja den müsste ein Sniper erledigt haben ah krieg ich auch nicht den krieg ich einfach mal gucken hey 133 Punkte haben die jetzt packen wir das Ding jetzt wär ich nicht dacht dass du das Ding noch rocken dann hätt ich auch nicht dacht 170 180 190 210 220 230 240 250 270 280 280 290 290 die haben jetzt alle den Zug scheißen 300 ich finde sie ein bisschen bescheuert wenn du schon lange hinter der Ecke oder irgendeine Deckung hockst und dann noch 310 320 und dann noch irgendwann verrecken büscht 330 370 380 390 410 410 420 430 440 450 ja klar du hast vorne an die Fronten geschmissen da schießen sie alle 450 450 nachschub points und jetzt geht's schon wieder los ach komm das war zu optimisch das ja das ist ja das ist dann gleich Ende im Gelände ja komm einmal ums Eck ach man 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 das war wieder ein enges Ding einfach mal random irgendwo Grenade hinschmeißen ist schon tot und 16 haben sie noch 213 202 und dann hast du dir noch voll die Punkte ja wenn du das mir noch überholt aber ich seh dich nicht ich bin ganz unten letzter oder was so gut wie ich mach halt nicht so viele Punkte ich kann hier allerdings in die Luft jagen sozusagen jawoll dein Team hat gewonnen so geil dass wir das Teil jetzt noch gerissen haben ja volle Kanne ey was heißt ganz unten 21 ja das war halt nicht so 35 ka-ching ey cool ihr habt noch eine neue Waffe freigeschalten ich noch nicht ganz jetzt hab ich eigentlich dachte ich muss die Folge hier mit let's noob together oder irgendwie so betiteln jetzt haben wir das Ding gewonnen kann auch nicht sein Rispoli Medal alter oder Scheiß ey für die Medaille kriegst du 10.000 Punkte coole Sache ich hab grad Rispoli Ribbon 9.300 Punkte gekriegt alter ist das krank ich bin schon wieder am Hälfte vom nächsten Level auch nicht schlecht sollen wir eine Runde spielen oder sollen wir ja ja wir können auch noch mehr Runde spielen aber jetzt machen wir hier erstmal Folge beendet würde ich sagen ne ja aber oh rass ja ist egal also dann macht's euch und man sieht sich servus ciao